Hallo liebe Playstation Community! Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft der Gaming-Welt. Doch bevor wir uns in die Details stürzen, haben wir eine brennende Frage an alle von euch. Wer ist bereit, satte 800 Euro für eine Playstation 5 Prolen zu blättern? Klingt doch nach einem wahren Stöpfchen, oder? Aber vergesst zuvor nicht, Playstation-Info zu abonnieren! Tja, liebe Freunde, die Gaming-Industrie steht mal wieder vor einer Dilemma-Frage. Flüssiges Gameplay oder 4K-Auflösung? Die PS5, trotz ihrer High-End-Technologie, scheint hier an ihre Grenzen zu stoßen. Aber hey, wer braucht schon beide Features gleichzeitig, oder? Und da kommen sie, die Tech-Giganten Sony und Microsoft mit ihren neuesten Kreationen daher. Nach einigen Jahren bringen sie immer wieder leistungsstärkere Versionen ihrer Konsolen auf den Markt. Sony scheint da keine Ausnahme zu sein. Gerüchte über eine PS5 Pro geistern schon seit der Veröffentlichung der PS5 herum. Und jetzt verdichten sich die Anzeichen, dass wir beide in den Genuss kommen könnten. Aktuell sucht Sony sogar nach Entwicklern, die an Grafik-APIs und Optimierung der GPU-Software arbeiten sollen. Könnte das etwa ein Hinweis auf die bevorstehende PS5 Pro sein? Die Gerüchte Küche brodelt und Insider sprechen von einem möglichen Relais im Jahr 2024. Obwohl die Informationen noch nicht offiziell bestätigt sind, bleibt die Hoffnung auf eine verbesserte Spieleerfahrung durch die PS5 Pro bestehen. Endlich sollen Spiele in ihrer ganzen Pracht erstrahlen, ohne Kompromisse bei der Performance eingehen zu müssen. Klingt doch verlockend, oder? Nun, liebe Gamer, wir befinden uns auf einer spannenden Reise durch die Zukunft des Gamings. Die PS5 Pro könnte der Anfang einer neuen Ära für Playstation-Nutzer sein. Also haltet die Augen offen und lasst euch überraschen, was die Zukunft für uns bereithält. Das war's für heute von uns bei playstation-info.de. Vergesst nicht, uns eure Gedanken in den Kommentaren zu hinterlassen und uns zu sagen, ob ihr 800 Euro für die neue PS5 Pro ausgeben würdet. Lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.